Das ist mein neues Buch, es heisst die Paartherapie und es tut anders als der Bestseller Single in 365 Tagen, als das erste Buch war, erklären, wie man ohne grossen Aufwand zu einem Handicap von 18 kommt. Das ist keine grosse Sache, aber klar, ein bisschen trainieren muss man natürlich, Golfstunde nehmen muss man und vor allem muss man mitdenken. Das Buch erklärt, wie man mit ein bisschen Strategie besser Golf spielen kann. Ich zeige es euch mal vor, wie das hier geht, ein aktuelles Problem, wie man das machen kann. Das ist jetzt natürlich eine blöde Lage hier, aber ich kann schon sagen, wie man das macht, da muss man mit Verstand erinnern, nicht einfach drauf losballern, sondern ganz fein, mit vielen Gefühlen, einfach hier, auf die andere Seite, mit vielen Gefühlen spielen wir den echten Ball. Ja, das war jetzt nicht so gut, aber das Buch ist wirklich ein Knöller. Ehrer Worte, ich würde es kaufen, mir hat es extrem viel gebracht. Ehrer Worte, ich würde es auf jeden Fall schauen, wenn es angenehm ist. Vielen Dank.